Wo ich sie eigentlich nur deswegen gekauft habe, um sie euch zu zeigen. Geil. Also kann es manchmal gehen. Manchmal wird die zweite Wahl doch zur ersten Wahl. Ich finde übrigens die Musik sehr, sehr cool. Wir hören was, wir sehen aber nichts. Notiz des Kastellans. Mitglieder der Familie Salazar sind seit vielen Jahren Kastellane dieser Burg. Meine Vorfahren haben jedoch eine dunkle Vergangenheit. Vor langer Zeit gab es eine religiöse Gruppe namens Los Illuminados, die ihre Wurzeln in dieser Gegend hatte. Der erste Kastellan beraubte sie ihrer Rechte und ihrer Macht. Als Anhänger der Religion und als achter Kastellan fühlte ich mich verpflichtet, für diese Sünde zu büßen. Die beste Buße war, denen die Macht wiederzugeben, denen wir sie einst entrissen haben, den Los Illuminados. Es dauerte eine Weile, aber es gelang uns, die einst versiegelten Las Plagas zu verjüngen. Durch diesen Erfolg war ich der Auferweckung der Los Illuminados einen Schritt näher. Ich ließ die Las Plagas aus den Tiefen unter dieser Burg los und gab sie Lord Saddler, um für die Sünden meiner Ahnen zu büßen, aber auch, weil ich wusste, dass der Lord die Macht besser nutzen und die Welt retten würde. Alle Sünder durch die Macht der Las Plagas retten und ihre Seelen läutern, auf das die Welt ohne Sünder seien, so wie es sein soll. Die Geläuterten sollen Ganados werden und so den Sinn des Lebens erfahren. Und wenn der Lord die von ihm erträumte Welt erschaffen hat, sind die Sünden meiner Familie gesühnt. Alles Klärchen. Hier haben wir sehr schöne Bilder von nicht so schönen Menschen. Äh, warte mal, ist ja kein Schatz irgendwie, ne? Ich bin so ein richtiger Schatzjäger, ne? Ich bin so ein richtiger Nathan Drake. Ach, was ist das? Ich habe gedacht, ich wäre woanders. Ich bin aber nicht woanders, ich bin hier. Genau, das war meine Intention dessen Amt. Das war knapp, das war durchaus knapp. Komm, schieß. Du, dein Schmuddelheftchen da wieder. Okay. Ne, ist aber nicht die Stelle, wo ich dachte, dass sie es ist. Ich dachte erstens, es war eine andere Stelle, da habe ich immer gesehen, dass es die Stelle ist. Hab da auch wieder gedacht, es war eine andere Stelle, aber es ist doch die Stelle, wo ich nicht dachte, dass sie es ist. Also von drei möglichen Stellen ist es die eine Stelle, mit der ich am wenigsten gerechnet habe. Jetzt haben wir es. Jetzt haben wir es. Also die Burg hat sehr viele, ich nenne es einfach mal, ekelige Stellen, die echt so ein bisschen fies sein können. Ist nicht unbedingt schwer. Es sind eher Stellen, ich will es nicht sagen, die nerven, aber ihr werdet es ja gleich erzählen, was ich meine. Also das ist auf jeden Fall jetzt auch eine Stelle, die dazu gehört gleich. Wo man auch durchaus bei extremen sterben kann, wobei ich es gar nicht mal so schwer finde, aber ihr werdet es sehen. Ihr werdet es sehen, was die Sache ist. So, okay. Erstmal alle Wertgegenstände aufgelesen. So, vorsichtig öffnen. Ist da noch was? Ne, nur ein Bild. So, es kommt eine richtig geile Aktion. Wenn sie klappt. Ach komm. Wenn sie klappt, wenn sie klappt. Nein, es klappt nicht. Okay. Da wird halt einfach gemessen. Okay, klappt es jetzt? Nein, es klappt immer noch nicht. Okay. Ich wollte nämlich einen Suplex die Treppe runter machen. Das ist eine sehr geile Animation. Komm, Suplex muss aber drin sein. Nein! Was ist denn los mit dir? Lass dich doch mal suplexen, Mensch. Warte. Ich treffe natürlich. So. 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 Ah, jetzt freue ich mich da drauf. Ja, noch geht's hier. Also wir haben ja wie gesagt einen Matador-Typ gesehen. Der Matador-Typ ist anscheinend jetzt erstmal stiften gegangen. Ich habe einfach mal 64 Schuss für Scharfstutzengeberne. Einfach so. Alles egal. Man kann nie genug davon haben. So. Und gut, da ich ja so viel Schuss habe, können wir das ja auch einfach mal nutzen, ne? Was? Okay. Das hat er jetzt als Einladung verstanden. Oder man kann es auch so formulieren. Er hat das persönlich genommen. Natürlich da mal gewesen, wenn er jetzt damit zugeschlagen hätte, mich getroffen hätte. Äh, ich muss jetzt genau gucken, was ich mache. Ja, genau, das ist es nämlich. Er hat nämlich etwas, was ich brauche. Nein, fuck. Ich hätte... Oh Mann, du blöder Pisser. Ich werde dich jetzt töten. Ach nee. Hätte ich sonst nicht gemacht. Sonst hätte ich ihn leben lassen. So. Mann, das nervt mich jetzt. Scheiße. Ich wusste, dass der Typ noch da ist. Aber ich habe den einfach nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Du bist jetzt weg, ne? Du Feiglinger. Toll. Mann. Öffnen. Sie ist verschlossen. Ja, ihr werdet jetzt gleich sehen, warum das so ärgerlich ist. Weil ich habe es sonst nie geschafft, den Roten zu treffen. Der ist immer abgehauen. Jetzt habe ich es endlich mal geschafft. Und er wurde unterbrochen nach zwei sauberen Schüssen in die Brust. Das möchte ich mal dazu sagen. Die ihn einfach nicht tangiert haben. Oder nicht so tangiert haben, wie sie ihn hätten tangieren sollen. Mich ärgern mal auch die Peseten, die ich verpasst habe. Weil ich zu langsam war. Aber ich kann auch hier herun... Warte mal. Warte mal. Ach, ich kann hier nicht runter. Scheiße. Vielleicht könnte ich den Weg abschneiden. Verdammt. Ach, das ist ärgerlich. Das ist ein Mischung. Das ist ärgerlich und schade. Ich hätte den Typ doch vorher killen müssen mit der Maske. Aber hätte, 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 hätte. Das bringt uns alles gerade überhaupt nicht weiter. Ich meine, es ist ja kein Weltuntergang. Aber es wäre schon ziemlich cool gewesen. Wenn wir sie leise aufwahren vielleicht. Ja gut. Das ist jetzt echt suboptimal. Na du Arsche. So. Bitteschön. Schnellen Waffenwechsel. Offiziell muss sein. Der Matalor-Typ ist weg. Oh, ich denke mal, der ist jetzt da. Ja, da ist er. Ja. Ärgerlich. Ärgerlich, ärgerlich, ärgerlich. Warum genau das rote Fass hier steht, das weiß ich auch nicht. Das bringt einem nämlich einfach nichts. Bietet die Tür Schutz. Ja gut. Der ist gepanzert. Okay. Dann kommen wir jetzt zu Plan B bis C. Wobei, da oben ist gar nicht mal so eine schlechte Position. So. 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 jetzt kann ich wenigstens den kopf ins visier, ne kann ich nicht ach der duckt sich der danke so also souverän habe ich das noch nie gemacht damit zusammenhängen weil ich ihn davor durch zwei schüsse ja schon mal angeschlagen habe quasi also geschwächt habe könnte gegebenenfalls unter umständen damit zusammenhängen so ich erhalte den galerie schlüssel das ist sehr schön und ihr seht dass diese diese projektile hinterlassen durchaus ihre spuren und gehen jetzt mit dem galerie schlüssel hin richtig zur galerie ihr habt es erfasst so sie ist verschlossen ärgerlich ärgerlich so verwenden galerie schlüssel verwendet zack ok da ist wieder ein schatz das ist ein kristall ups gut ach so ja das ist das rätsel genau ja das ist jetzt nicht so schwer das rätsel das ist ein interessantes rätsel ein schönes rätsel sechs geopferte leben bringen neues licht das bedeutet es müssen insgesamt oder dürfen insgesamt nur sechs leichen zu sehen sein gut auf einem bild sind drei auf einem eins auf zwei sind zwei gut das bedeutet da wir vier bilder haben und wir können mal schauen ok das gibt nur zwei varianten pro bild wir haben ja vier bilder auf keinem bild ist es so dass kein leicht zu sehen wäre das bedeutet es muss dann so sein entweder 3 1 1 1 oder 2 2 1 1 mehr varianten haben wir nicht so also nehmen wir schon mal den einen dazu das sieht schon mal gut aus 4 3 das 3 ist so 4 3 darf auf gar keinen fall sein ich probiere einfach nur so ein bisschen rum jetzt ok das auf gar keinen fall 4 ah fast ich kann mir jetzt einprägen welche taste was bewirkt aber es wäre zu einfach ok probieren geht bekanntermaßen überstudieren so welcher raum kommt jetzt ähm jetzt kommt nämlich der raum wo ich gerade dachte dass er kommen würde ja das ist er jetzt nämlich ach komm wie lange hat man nach haben wir noch mehr als genug munition so unsere pistole können wir erstmal ein bisschen schonen für schlechtere zeiten ja 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 hier wenn du nicht dann wir du 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 Ah, hast du gesagt, altes Mann, Mr. Kennedy? Es könnte kommen als Überraschung, aber ich bin nur 20 Jahre alt. Also bist du wie alle anderen? Der Puppet von den Parasiten? Sicherlich du nicht denkst, dass ich das gleiche als die Diminutiven Ganados? Die Parasiten, die Plagas, sind schläfler zu meinem Willen. Ich habe absolut Kontrolle. Well, I really don't give a damn. Rainer Schein, you're going down. Get rid of our American friend. Eine weitere schier aussichtlose Situation, kann man sagen. So, ähm, hier rein. Ich werde nur eine Granate werfen können, aber... Nee. Ich werde uns die Metzli hier veranstalten. Und oben darf nur keiner kommen, das wäre... ...schlecht. Ich mag die TNP. Ich mag sie einfach. Oh, ein bisschen weit weg. So, okay. Oh, hei! Armbruch schützen, die lustigerweise diese... ...Lampen über sich haben. Also so mit Zuprex haben die es nicht, ne? Die wollen einfach nicht, hallo! Okay. So, jetzt aber. Okay, die schießen wie blöd, die Armbruch schützen. Das macht mir anscheinend sehr viel Spaß. Und wenn einfach kein Ziel da ist, aber... So. Ähm, Kraut zu mischen haben wir jetzt nicht. Zu spät. Oh, das ist natürlich auch geil. Uhuhuhuhu! Kommst du denn her? Das ist ja mal gar nicht nett. Richtig Messern. Ach, da hinter mir ist keiner. Oh, der Wings eingetroffen. Traffertur, die wieder unter aller Sau. Okay, ich muss was nehmen zur Heilung, sonst... ...ähm... ...bin ich gleich put... ...ja, ne, das ist mir zu gef... Oder? Ne, das geht eigentlich. Kann ich machen. Bin ich im direkten Schussfeld? Ich bin schon. Komm, schieß. Danke. So. Okay, der ist schon weg. Noch zwei sind es noch. Okay, hier ist kein Lampen mehr oben drüber. Okay. Okay. Nimm mal die Pistole. So, Messern Wo bist du denn, du Arsch? Da hinten Die wirkliche Feinde sind so eine Sache, ne? Jetzt hast du hier ein Problem, ne? Ich bin schneller, ich bin... So Achso, erlebt man Danke Sehr schön So, Munition Nehmen wir natürlich mit Gitter vor Schon an Sicherheitssystem zu sein Deaktivieren, ja Und wieder die beiden Dudes Diesmal sind es andere Oder sind dieselben mit Kapuzen auf Gut, war jetzt nicht so die Gefahr Die von den beiden ausgingen Aber meist ja nie So, das war nämlich genau dieser Raum Noch mal alles erkunden Irgendwas Schönes ist zum Einsammeln Ich hab lang keine Schlange mehr gesehen Gut, Scharfschutz-Munition brauche ich nicht unbedingt jetzt, ehrlich gesagt So, zu dieser Truhe müssen wir hin Ich muss das nur grad mal überlegen Weil ich hab mich da nämlich immer schwer getan Herunter bringt uns jetzt nix Mal nachschauen Wann mal Ähm Ach, ich glaube Ich muss da hin Treppe runter Was ist hier? Genau, genau, genau Hä? Ist der Schalter hier dran, oder was? Um die Brücke auszufahren Okay Jetzt bin ich ein bisschen überfragt grad Ich würde es aber gerne auch in diesem Part schaffen hier Hä? Aber ich bin da jedes Mal dran Das ist die Tür, die ist klar Da war ja auch nix Hier kann ich nur runterspringen Das hilft uns auch, mich auf irgendwas schießen Nee Ich meine, es war irgendein Schalter Aber nicht dieser Schalter Tja, Leute Jetzt stehen wir hier Ach, warte mal, hier Ha Klar So Schalter drücken, ja Also der Stand nur Da ist ein Schalter Ich hab's schnell weggedrückt So, weitere Raketen schützen Die können wir ehrlich sich nachladen Ich will den beiden jetzt zum Fängnis Wow Hat gesessen Okidoki So, ja Die geben auch nix Die beiden Und wir bekommen jetzt Das Sieben-Ornament So Auf zur nächsten Tür Von so einem schönen Rückweg Ähm Ich weiß nämlich, wie lange der Speicherpunkt ist Da gehe ich nämlich schon mal hin Werde der Speicher Und werde dort nämlich diesen Part auch beenden Ja Okay, hier sind wir, alles klar Gut, dann würde ich sagen Vielen Dank für euer Interesse Und bis zum nächsten Mal Tschüssi